Fünf Jahre sind vergangen und ich habe immer noch kein neues Video mehr rausgebracht. Oh, hallo. Wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut? Ich biete Ihnen ein Brot an. Nehmen Sie es an. Nimm das an! Okay, ich höre damit auf, Alter. Jetzt höre ich mich vermutlich an wie so ein ADHS-Kind. Ja. Bist du gestorben? Ja. Ich werde dich rächen. Ja, bitte. Ich hätte mich hochgeschossen. Dein Tod soll nicht umsonst sein! Vor einiger Zeit, also vor ein paar Tagen, war das so, da haben sich meine Nachbarn beschwert, da ich rumgeschrien habe. Also, auf eine Art verstehe ich das nicht und auf der anderen finde ich meine Nachbarn scheiße. Also, es war so, die Nachbarn wollten eben die Polizei anrufen. Die haben auch sofort meine Mutter kontaktiert. Als ich mit meiner Mutter im Gespräch war, hat sie mich auch beleidigt und meinte, ich wäre so ein Psychopath, da ich immer herumschreie. Also, auf jeden Fall, nice mom. Nein! 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 Ich werde immer getötet! Immer ich! Kleine Bastarde, Alter! Nun habe ich mich auch beruhigt und kann mit dem nächsten Thema anfangen. Denn, ihr könnt euch doch sicherlich erinnern an meiner Gaylord-Brille, die ich jetzt wieder anziehen werde. Okay, jetzt leuchtet die wieder. Okay, jetzt können wir es schaffen! Nice! Abhauen und... Scheiße, was sollen wir machen? Meine PvP-Brille sagt mir, ich soll mich umdrehen und mit dem Bogen schießen! Und... Gleich erneut! Fuck! Nein! 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 Meine Augen sind gerade am kollabieren und meine Mutter müsste in fünf Minuten wieder heimkommen. Also, scheiß Aktion von meiner Mom, auf jeden Fall. Fuck! Alter! Mann! Die hacken alle! Alter, ich habe richtig geilen Stuff am Start. Komm, den töten wir und... Nice! Ich bin zu low. Ich bin einfach zu low. Gehauen! Ich habe jetzt was ganz Außergewöhnliches mitgebracht. Um meine Kraft zu stärken, habe ich mir Mayonnaise aus der Küche geholt. Der verfolgt mich! Lasse mich in Frieden, mein Herr! Bevor diese herrliche Runde anfängt, werde ich Mayonnaise zu mir nehmen. Okay, fuck! Jemand töntet mich! Nein! Was ist das für eine billige Drecksmayonnaise, Alter? Bevor der Kampf beginnt, nehme ich ein bisschen Mayonnaise zu mir. Mua! Oh! Oh! Iiiiih! Ich bin von drei!